Musik Ein liebes Hallo an alle Berliner Rocker. Ich bin die Fabi von Rocker Live Berlin und ich habe gedacht, ich nehme euch in Zukunft mal so ein bisschen mit in unseren Vereinsalltag und zeige euch, was wir hier so treiben in Berlin bei Rocker Live. Ja, neben dieser Vermittlung von Mentoring-Beziehungen zwischen Schülern und Studenten gehört es natürlich auch jedenfalls unseren Aufgaben, Beziehungen zu knüpfen und dafür zu sorgen, dass unsere Idee nachhaltig und irgendwie wirksam auch weitergetragen wird. Deswegen sind wir heute in Berlin-Mitte bei einem Vertreter der SPD eingeladen. Ja, wir gehen jetzt in sein Büro und werden ihm so ein bisschen unsere Arbeit vorstellen. Ich nehme euch so weit es geht eben mit. Es kann sein, dass wir drinnen nicht filmen dürfen, dann bitte nicht traurig sein. Aber ja, ich hoffe es gefällt euch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, ich bin jetzt hier vor dem Gebäude und ich warte noch auf meine Kollegen aus dem Vorstand. Das ist zum einen der Thomas, die Schari und der Marcel aus dem Netzwerk-Team. Genau, und da ist sie auch schon, die liebe Schari. Hallo! Genau, und wir warten jetzt auch auf den Rest und dann geht's los. Bis zum nächsten Mal. Es war für mich eine große Freude, heute Rock Your Life kennenzulernen. Das ist ein ganz tolles Projekt und ich wünsche weiterhin ganz viel Erfolg und vor allen Dingen viele schöne Erlebnisse bei der Arbeit mit Rock Your Life. So ihr Lieben, wir sind fertig. Zwar kein sehr langer Termin, aber dafür umso produktiver. Der Herr Felgenträuber, unglaublich nett und kooperativ. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt gehen wir erstmal alle noch einen Kaffee trinken und ich hänge euch noch ein paar Impressionen hinten dran. Ganz viel Spaß auf jeden Fall beim Zuschauen und bis dann! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.